Nikolaus Burgmann war Domdekan in Speyer und Professor sowie Rektor der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg. Nach dem Studium der Rechte in Prag und später in Heidelberg begann er dort 1388 seine Lehrtätigkeit als Professor an der Artistenfakultät. Von der er später zur Juristenfakultät überwechselte, wurde Burgmann zum Dr. Dekretorum ernannt. Insgesamt fünfmal hatte er außerdem in den folgenden Jahrzehnten das Amt des Rektors der Heidelberger Universität inne. 1407 gab er seine Lehrtätigkeit auf, nachdem er bereits seit 1401 Domherr in Speyer geworden war. Nun übernahm er zusätzlich das Amt des Domdekans des Speyerer Doms, das er bis zu seinem Lebensende inne hatte. Im Jahr 1407 war Burgmann außerdem Domkustos an der Wormser Kathedrale. Er schrieb im Auftrag des Kaisers Sigismund eine lateinische Chronik über die im Speyerer Dom begrabenen deutschen Könige und Kaiser, die bislang nur von Andreas Felix von Oefele 1763 herausgegeben wurde. Sie behandelt die Zeit von Karl dem Großen bis zum Tod Kaiser Karls IV. und wurde von einem anonymen Autoren bis zum Tod Kaiser Sigismunds fortgeführt. Die Tätigkeit Nikolaus Burgmanns erstreckte sich auch auf den politischen Bereich. So war er 1400 an der Absetzung des römisch-deutschen Königs Wenzel und der Erhebung des Pfalzgrafen Ruprecht zu dessen Nachfolger beteiligt. In der Folgezeit avancierte er zum Berater des neuen Herrschers. Als dessen Sohn Kurprinz Ludwig die englische Prinzessin Blanca heiratete, entsandte man Nikolaus Burgmann zusammen mit dem Pfälzer Hofmeister Johann von Dahlberg und dem Rat Rudolf von Zeisskamm zur Entgegennahme der Mitgift. 1402 an den dortigen Königshof auch am Konzil von Konstanz nahm Burgmann teil. Von ihm stammte die St. Goas Kapelle im untergegangenen Domkreuzgang zu Speyer, die dem Schutzheiligen seines Heimatortes gewidmet wurde. In ihr stand ursprünglich auch sein Grabmal. Einen Rest davon hat man später in die Afra Kapelle dieses Doms versetzt. Es zeigt in der einen Ecke einen Wächter auf einem Turm, in der anderen den heiligen Goat, der seine Hand schützend über Nikolaus Burgmann legt.